Wer für Genuss brennt, der findet Inspiration an allen Ecken und Enden. Es kann die kühle Schönheit und Kraft eines Gebäudes sein, die Natur mit all ihren Schätzen und in all ihrer Vielfalt. Eine Rezeptur, die seit über 100 Jahren weitergereicht und verfeinert wird. Altes Wissen, das neue Form annimmt. Ein Duft, der mehr verspricht. Oder ein Aroma, das alle unsere Sinne kitzelt. Wer für das brennt, was er tut, der macht es einfach besonders gut. Tuchheimer. Dafür brennen wir. Seit 1857.